Freunde, wie soll's anders sein? Wir wurden mal wieder angegriffen. Junge! Was will er denn jetzt schon wieder? Wow, er schießt schon auf mich. Was? Er hat mich getroffen! Nein, wir müssen schab... Junge! Was will er hier? Diesmal war es aber kein Angriff auf unseren Tempel, sondern Lofti hat mir eine hinterhältige Falle gestellt. Öh, TNT! Freunde, ich kann euch sagen, das TNT, das war nicht mein Problem. Das Problem war, dass Lofti mir einen Kürbis mit Fluch der Bindung, also ich kann den nicht absetzen, außer wenn ich sterbe, auf den Kopf gesetzt hat und dann gegen mich kämpfen wollte. Hä? Was ist hier los? Hä? Ich seh nix, ich muss... Ah, Stu! Hä? Was für Stu? Ah, bist du reingefallen in die kleine Falle? Hallo, ich bin nicht Stu! Das wär der Kürbistempel! Hörst du mich? Hallo? Ja, der Kürbistempel will ja aber nix Gutes. Lofti? Alpha Klan! Hä? Alpha Klan! Alpha Klan! Komm her, ich helf dir doch! Haha, bleib mal stehen! Will er mich angreifen? Er greift mich jetzt aber nicht an, oder? Alpha Klan! Ich seh nix! Wie soll ich so kämpfen? Ja, bleib stehen, genau! Wie soll ich so kämpfen? Oh, da bin ich halt nicht so nix. Ja, du bist jetzt sterben. Okay, ich stell mich dem entgegen. Ich stell mich dem entgegen. Nein, nein, er greift zurück an! Nein, nein! Oh mein Gott! Ich nehme schlicht und schau einen Goldapfel. Ich nehme einen Goldapfel. Er hat einen Goldapfel gegessen. Oh nein, wir sind im... Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Nein! Ich werde was essen! Oh mein Gott! Nein, er schießt weiter! Wir fallen davon! Ich seh wirklich nicht! Oh Gott! Oh Gott! Wow, 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 wow! Ich kann mich nicht ausmachen! Ich kann mich nicht ausmachen, oder? Oh Gott! Wow! Wow! Junge! Wie soll ich so kämpfen? Er ist zu stark! Er hat Heilung! Stärke! Alles gibt zu! Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Ich hab einen Totem! Ich hab einen Totem! Wo ist er? Ich seh nichts, Freunde! Ich seh wirklich nichts! Ah, jetzt werde ich noch von einem Zombie angegriffen! Da fliegt er! Schnellschwert nehmen! Wo ist er? Das ist Lofty, oder? Wo ist er? Ich glaub, das ist Lofty! Ey, Freunde! Wie kommen wir hier weg? Ich geh in den Tempel! Aber wenn er den Tempel zerstört, er hat da drin TNT! Ich kann ihm eine Falle locken! Ich kann kein TNT-Zinn! Ich lock ihn ins Dorf! Oh mein Gott! Er kommt! Er kommt! Er kommt, Freunde! Stanz halten! Ohne was zu sehen! Ich treff ihn! Oh mein Gott! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Der Füße ist hinterher! Nein! Ich seh nix, aber ich treff ihn! Nein! Nein! Wie soll ich ihn da treffen? Oh mein Gott! Das ist ein Goldapfel! Er hat zu viele Tränke! Sue hat zu viele Tränke! Warum Sue? Ich bin nicht Sue! Ich seh ihn nicht! Wie soll ich ihn so schlagen? Mein Gott! Intensiv! Warum stirbt er nicht? Ey! Hör auf! Er hört mich nicht! Oh mein Gott! Ich muss schnell weg! Warum hört er mich nicht? Wow! Nee, halt wirklich nicht! Er nimmt mich nicht ernst, glaube ich! Er ist zu stark! Er ist zu stark! Sue ist einfach... Wals fast erster Platz! Ich sag's euch! Nein, 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 nein! Jetzt hab ich dich! Oh mein Gott! Bleib stehen! Ey! Es ist so schwierig! Ich sterbe jetzt! Ich sterbe jetzt! Oh mein Gott! Ich muss schnell wieder weg! Nein! Bro, er hat auch 300 Totems! Was redet er mit Sue Walls erster? Was ist falsch mit ihm? Ich freue mich, lass mir das nicht gefallen! Bin euch ehrlich! Ich hab doch kein Dummkopf! Lass mir das doch nicht gefallen! Nicht von Lofti! Bleib stehen! Nein! Bin schon wieder runtergefallen! Er ist runtergefallen, ja! Nein! Nicht von Lofti, Freunde! Ich werd nicht von Lofti besiegt! Wann geht der denn tot? Ich bin gleich daumen wieder! Er ist gleich wieder daumen? Ja, dann bleib ich an! Was sieht er mich? Was ist er? Nichts! Hinter mir? Er ist hinter mir! Er ist hinter mir! Ah! Nein! Er kann nicht filmen! Er kann nicht filmen! Er hat seinen Poseidon-Tree dann nicht dabei! Seinen Trident! Komm! Hast du Angst oder was? Hilfe! Es war mir klar, dass der Lotus-Klan Angst hat! Der Lotus-Klan hat keine Angst! Sieht ähnlich, Digga! Ja, hast du Angst, ne? Ja, wusste ich doch! Hallo! Jetzt habe ich meine Rüstung an! Jetzt habe ich meine Rüstung an! Jetzt bist du nicht fertig! Mein kleiner Mann! Er ist ein Rüstung! Oh mein Gott, das ist so stark! Das ist unglaublich! Ah, hast du dein Schwert? Ist dein Schwert kaputt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin tot! Nein! Ich sterbe jetzt! Nein, nein, nein! Ich muss schnell weg! Ich muss schnell weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so knapp, Freunde! Oh mein Gott! Freunde, was ist das für ein Kampf? Aber Lofty schaffe ich auch mit, auch wenn ich keinen Helm habe! Ich kann nicht mal einen Helm aufsetzen, trotzdem! Aber wir müssen trotzdem vorsichtig bleiben, Freunde! Wir müssen trotzdem vorsichtig! Da ist er! Den nicht sehen! Nein! Er geht mit Enderperle weg! Ich habe keine Enderperle! Oh mein Gott! Dass ich die eben nicht schon rausgeholt habe! Nein, der darf mich nicht treffen! Sehe nix! Warum hört er mich auch nicht? Ey, Lofty! Lofty, so wird das nicht! Wir werden vom Angreifer zum Angreifer zum Angreifer zum Gehacken! Was, Bruder? Natürlich wirst du zum Gehacken, du Schwächling! Noch eine Enderperle habe ich! Oh mein Gott! Wir sind jetzt voller Kanne, müssen wir jetzt auf jeden Fall... Ich habe auch nichts müssen essen! Ey, ich sehe einfach wirklich nichts! Ich sehe wirklich gar nichts! Okay, da ist er! So! Hä? Nein, nein! Der Schwert ist kaputt! Der Schwert ist kaputt! Ja! Was für mein Schwert ist kaputt? Warum wird denn stehen? Nichts ist kaputt! Jo, ich habe kein Leben mehr! Bitte schieß mich nicht mehr an! Bitte! Aber warum ist Jo? Oh mein Gott, er trifft mich! Nein! Nein, 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 nein! Er trifft mich! Schnell weg! Schnell weg, wir müssen weg, wir müssen weg! Wir müssen ganz schnell weg! Ey! Oh oh! Wie viel Leben hat dieses Jo? Wir müssen ins Enderportal... Ey! Oh mein Gott! Er ist netter! Nein! Er trifft! Oh mein Gott! Für den Eifer-Clan! Ich mache dich fertig! Komm her! Wie lange lebt er denn? Wo ist er? Ich sehe nichts da! So unfair! Gut, von Lofty besiegt... Ich habe ihm zwei Totems geraubt, Freunde! Ich habe ihm zwei Totems genommen, obwohl ich einen Kürbis auf hatte! Was mache ich denn jetzt? Ey! Vielleicht kann er die Sachen nicht mitnehmen, vielleicht hat er volles Invertar! Dann hätten wir auf jeden Fall Glück, aber sonst muss ich alles neu farmen! Nur weil er mir so eine dämliche Falle gestellt hat! Komplett ekelhaft! Ja, Freunde, ohne Dings brauche ich mich gar nicht mit ihm anlegen! Ey, bitte kommt er jetzt nicht nochmal und spawntrappt mich oder so! Aber warum hat er denn die ganze Zeit von Siu geredet? Ich sehe doch nicht aus wie Siu... Äh, oh! Ich sehe doch nicht aus wie Siu... Freunde, sehe ich aus wie Siu? Ich sehe doch gar nicht aus wie Siu! Wir haben dieselben Kimonos an, aber auch komplett unterschiedliche Farbe! So sollte ich auf jeden Fall erstmal überleben, wenn er jetzt direkt wieder vorbeikommt! Boah, was war das denn für ein Move? Das ist ja so feige, er steht da immer noch! Wartet da jetzt! Hä, meine Chess mit dem ganzen Essen ist weg! Oh, hier habe ich auch noch Pickaxe! Das Problem ist, Freunde, wir haben im Stream Handy alle meine Diamanten gegeben! Für die Anzahlung für den Drachen! Ich habe keinen einzigen Diamanten mehr! Währenddessen war Bang schon auf dem Weg, weil er im Chat gesehen hatte, dass Lofty mich getötet hat! Und er erzählte mir dann, dass Lofty eigentlich ein Doppelagent im Alpha-Clan ist! Also, dass er eigentlich Team Diamant Informationen zum Alpha-Clan übermitteln soll! Aber Bangs war sich auch nicht ganz sicher, ob man Lofty dahingehend vertrauen kann! Das heißt, er wird uns falsche Informationen weitergeben und uns dann in die Falle locken! Das hat er bestimmt bei euch auch gemacht! Oh mein Gott, ich bin gerade sprachlos! Ich bin gerade komplett sprachlos! Also, die Falle, die er mir gestellt hat, er hat da unten quasi so ein kleines Haus hingebaut! Und auf dem Boden ein Dropper mit einem Kürbis drin, der Fluch der Bindung hat! Heißt, ich hatte keinen Helm! Ah, er hatte keinen Helm mehr! Ich hatte keinen Helm! Und dann hast du den Kampf verloren deswegen! Ja, ich hatte halt keine Totems, kein Schild, nix dabei! Hab ihn trotzdem zwei Totems abgezogen! Ohne Helm ist krank! Ja, ich hab ihm zwei Totems abgezogen! Der hat sich übel viele Totems bei mir gekauft! Das war locker, der hat zehn Stück oder so! Junge, der hat die alle gegen dich verbraucht! Zwei hat er weg! Aber, ja... Dann werde ich wieder kaufen gehen, der hat immer Preise erhöht! Und er ist ein doppelter Doppelagent! Krass! Ja, pass auf, wir wollen wir es so machen vielleicht! Ja, wir könnten ihm jetzt halt auch eine Palle stellen, ne? Ja, ich werde mich auf jeden Fall rächen! Aber ich will... Pass auf, es gibt so einen Gegenstand, das heißt Kiste! Da kannst du Sachen reintun, das kannst du verschließen! Eine Kiste? Ja, so nicht... Ach so! Also, nee, nicht so ein Ding! Es gibt so das... Ich erklär dir jetzt nicht, was ist eine Kiste! Wow! Nein, es gibt so eine... Hahaha! Nein, es gibt so eine... Das ist so ein dieser Automod! Das Ding kannst du als Eigentümer verschließen! Und dann kommen die anderen nicht mehr an das Zeug ran! Echt? Das heißt, wir könnten ihn vielleicht killen! Und seine Sachen da reintun und ihn so mäßig, dass er die Wahrheit sagen muss! Sonst kriegt er seine Sachen nicht wieder was! Oh, das ist stark! Ja! Ich muss noch mal... Ich guck mal ganz kurz, wie man die craftet! Ich denke, das Ding heißt Kiste! Ja, ja! Äh, hier! Eichenholzkiste, genau! Auch mal! Da brauchen wir einfach nur ein bisschen Holz! Vier Stämme, vier Bretter! Kann ich mir das hier mal rausnehmen? Nimm die gern raus, nimm die gern raus, ja! Okay, ich tue es gleich wieder zurück! Ich wollte noch kurz da hinten hingehen, wo er mich getötet hat, ob da vielleicht noch meine Sachen sind! Oh! Guck mal, da kannst du das Schloss, siehst du das? Ne, kein Schloss! Ach, da siehst du, weil ich es platziert habe! Hier platziert du! Dann kannst du so ein Schloss zumachen, und dann kannst du noch du das öffnen! Hier, kannst du mal mal jetzt öffnen, siehst du? Hä, das ist ja ultra stark! Warum hab ich da nicht alles von gemacht? Ja, jetzt war ich... Wir wurden... Äh, iCrimX hat mir zwei OP-Goldäpfel geklaut! Ach, Schatz! Äh, mal Loft, die hat jetzt keine OP-Goldäpfel, oder? Ne, 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 die hat er jetzt nicht verwendet! Ich hatte ein paar Goldäpfel verwendet! Oh! Also ich wäre ready, um mit ihm zu fighten, musst du sagen! Ja, ich muss kurz, ich muss kurz gucken! Aber vielleicht hat er, vielleicht sind meine Sachen noch da, vielleicht hat er nicht alles mitnehmen können! Ich muss kurz gucken! Ach, der hat dich sogar gelootet! Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht! Ich war noch nicht da, du hast, du bist vorher angekommen! Der hat safe dein Kram mitgenommen! Ja, ich vermute es auch, ich vermute es auch! Er hat mich auch die ganze Zeit Zyu genannt, das hab ich nicht verstanden! Also ich hatte halt diesen Kürbis zwar auf... Der war verwirrt! Aber er hat die ganze Zeit gesagt, komm her Zyu! Er hat mich auch nicht gehört! Ich hab die ganze Zeit mit ihm versucht zu reden! Meinte sowas für Zyu und sowas! Oh, oh! Boah, weiß ich nicht, ob ich die öffnen würde! Hier bin ich gestorben! Da sind alle meine Sachen drin, tatsächlich! Hä? Aber warum sollte er mich töten, mir eine Falle stellen? Warum? Ich verstehe das gerade gar nicht, ne? Vielleicht hat das was mit diesem Doppelagenten-Sein zu tun! Ja, 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 safe! Der hatte wahrscheinlich, war das seine Aufnahmeprüfung nicht zu tun! Und deswegen hat der Zyu gesagt! Damit die Leute, damit irgendwie der Alpha-Clam denkt, dass er wirklich so gekillt hat! Ja, oh mein Gott! Okay! Ich hab also, ich hab ne sehr gute Idee! Geben zu dem hin, geben dem erstmal ne Klatsche, tun seine Items in die Kiste und dann erzählt er uns etwas! Also, ich würd gerne ihn mit seinen eigenen Waffen bekämpfen! Er hat mir hier nen Kürbis der Bindung gegeben! Das kriegen wir aber easy hin! Wir lassen ihn einfach bei mir in meinen Shop reinlaufen! Ich sag's nur, Totems im Angebot! Und dann, bam, easy! Let's go! Ja, dann machen wir das so, dann machen wir das so! Hier, ich hab, glaub ich, alles dabei! Ich hab, glaub ich, alles dabei! Ich hab, glaub ich, das Ding selbst anzieht, ohne Witz! Ey, das war schon hart unfair! Ich hab nix gesehen! Wenn du an dem Werfer vorbeiläubst, setzt das Ding dir das einfach auf! Genau, ich hab das, also... Er hat das so gemacht, er hat im Boden... Wir können auch seinen Werfer nehmen! Äh, der müsste da vorne noch stehen! Er hat quasi im Boden einen Werfer reingemacht! Wir können ja kurz fliegen, dann geht's schneller! Kurz hinter das... Kurz hinter den Tempel! Hier vorne? Wo? Äh, hinter dem Fuß? Ja, genau, hier! Ah, ja, ich hab... Oh Gott, dass du da reingelaufen bist, weiß ich nicht! Das sieht ja anders aus! Ja, das Problem ist, drin ist auch TNT geplaced! Das hat mich ein bisschen abgelenkt! Ich dachte mir so, ja, okay, ist ne TNT-Falle! Ach, der hatte ne Druckplatte auf... Ja, genau, genau! Und hier ist TNT noch geplaced, so! Und dann dachte ich so, hä, was macht das TNT denn hier? Und dann seh ich auf einmal, dass ich Kürbis aufhabe! Das Holz nehme ich mit! Ich hab hier anders Holzbedarf! Hahaha! Ich hab hier anders Holzbedarf! Wenn du willst, kann ich dir noch ein paar Saplings geben von dem Holz! Wenn das klappt, Alter, das wär so geil, Alter! Mit seinen eigenen Waffen bekämpft! Ist er noch da? Ah, perfekt! Okay! Da müssen wir uns beeilen, dass er jetzt schon hinläuft, ne? Ja, okay, lass direkt hinfliegen! Okay, Freunde, es wird direkt Rache geben! Das lassen wir doch nicht auf uns sitzen! Ich hab genug Raketen, um da anzukommen! Ist doch seine eigene Schuld, dass er mir hier die Sachen zurückgibt! Ich werde das nicht auf mir sitzen lassen! Ich will wissen, was jetzt hier sein Plan ist! Doppelagent! Ist mir egal! Hier, den Aufzug mit! Was war da so Speicher-Raketen? Geheim-Trick, Freunde! Den hier auch schon so ein bisschen gerendert! Das lass ich wirklich nicht auf mir sitzen, Freunde! Ich bin so ein Prime-Umweg gefahren! Da bist du! Du hast schon vorbereitet alles! Ja! Meinst du nicht hier dahinter? Ja! Ist dir nicht weniger auffällig, oder? Okay, okay! Oh? Wir bräuchten eine Steindruckplatte! Ja, damit er das... Cobblestone mit? Ja, Cobblestone hab ich! Aber das muss man ja noch einmal schmelzen, leider! Warte, du hast den Kürbis, ne? Wir müssen halt aufpassen, dass wir da nicht aus Versehen reinlaufen! Nee, nee, ich hab... Replace der eigentlich... Warte, ich hab noch einen normalen Kürbis! Replace der den Helm? Nee, der replaced nicht den Helm! Der Helm wird abgesetzt! Ja, okay, dann müssen wir ihn irgendwie dazu bringen, den Helm abzusetzen! Puh, das hinzukriegen wird schwierig! Wieso hast du nur deinen Helm abgesetzt? Ich will... Ich lauf an unserem Tempel ohne Dings rum, ohne Rüstung! Ah! Würde Lofti halt safe nicht machen! Okay! Na, wir könnten's so hinkriegen, dass wir uns hier hinsetzen... Also, du beobachtest... Ich geh hier, ich geh oben rein! Ich setz mich so mit ihm hin und sag, ja, hier, wenn man am Tisch redet, muss man einen Helm absetzen, auf Höflichkeit und so! Zack, zack! Und dann... Und dann lass ich ihn zuerst rausgehen! Und dann hoff... Hoffe ich... Okay, das sieht aber über Sass aus! Also, weiß ich nicht, oder? Da müssen wir da einen Koppel hinmachen, oder so! So, die eine Seite! Ich weiß, das sieht weniger Sass aus, als da, wo du reingehauen musst! Ey, lass! Das sieht immer noch Prime-Sass aus, aber... Dann muss er halt beim ersten Mal auf der rechten Seite und beim rausgehen... Aber er wird safe, wenn er von innen rauslaufen will, wird er locker hier reinlaufen! Ja, das auf jeden Fall, aber wie... Aber wenn man hier rein... Dann läuft man auch so! Ja, aber ist ja kein Problem, da hat er seinen Helm ja noch auf! Ja, stimmt! Dann wird's auch nicht rausgeworfen, soweit ich weiß, warte! Ich tu den Kürbis mal rein! Nee, dann wird's nicht rausgeworfen, warte! Und jetzt? Ja! Perfekt! Und wenn er doch den Helm schon abgesetzt hat, dann... Geh, kannst du ihn einfach auf! Ist eh egal, kann ich ihn einfach auf! Soll ich? Okay, ich mach's scharf! Oh mein Gott! Draußen, glaub ich, noch... Okay, ich schreibe ihm mal, dass du ready bin, ne? Ja! Freunde, ab mir jetzt hier kurz, komm mal! Moin, moin! Moin, Lofti! Moin, meiner! Sag mal, kaufst du immer mal meinen Shop leer hier! Ah! Ja, oder? Oh! Oh! Oh, 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 oh! Hey, die haben dich rufen! Sorry, 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 sorry! Ich bin glatt geladen, sorry! Du hast mich auch nicht gehört, glaub ich! Ne, ich hab mich auch nicht gehört! Du, äh, du kaufst dir mal Dick Totems bei mir ein, kann das sein? Ja, ich hab einen gekauft vorhin! Ich hab's gemerkt, ey, absolut! Ich hätt' ein Angebot für dich! Ja, erzähl! Was hättest du davon? Ein Stack Totems! Ja! Für, na, Kira, sagen wir mal, zwei, fassen! Sag mal, 27 Totems! Das sind, also, das ist das Ganze in einem Tarfall aus der Hotbar, ne? Ja! Warte! Ich mach das so gut! Ich mach's in den Taschenwächern einfach so! Äh, okay! Sagen wir 40 Dias! Stark! Das sparst du, krass! Das sparst du 14 Dias, Alter! Oha! Würde ich machen sogar! Auf Ort! Okay, komm mal rein! Ich hab die hier direkt! Hast du ein End... Hä? Ha, 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 ha! So, Lofti! Was war das gerade? Bleib stehen! Bleib stehen, Lofti! Wir wollen mal mit dir reden! Wir wollen mal kurz mit dir reden! Wie macht ihr das von mir? Hä? Was sollte das gerade? Das war die Rache! Das ist dein Kürbis! Was für eine Rache! Ja! Dein Kürbis? Du hast mich umgebracht! Ist das der Fluch der... Das ist mit der Fluch der... Das ist genau dein Kürbis! Den hast du vergessen! Ich hab mich schon gewundert, woher weiß, dass sich so viele Totums verbrauchen! Ja! Wobei, das konnte ich mir jetzt auch so denken, aber ja... Was? Ja! Nein, warum machst du das? Warum ich... Du! Ich hab ja nie was getan, Alter! Du hast mich gerade umgebracht! Hä? Das stimmt doch gar nicht! Das ist keine 10 Minuten her! Nein! Du hast mich umgebracht! Was? Du hast ihn umgebracht! Ja, ja! Hä? Nein! Ich hab gegen Sue gekämpft, Mann! Warum hast du überhaupt gegen den Lotus-Klang gekämpft? Ich hab gehört, du bist ein verdeckter, verdeckter Ermittler! Ey, wenn sich das was bleibt unter uns... Ja, bis du mich getötet hast! Du bist zu Ohren gekommen, dass du dieser doppelte Doppelagent bist! Ich bin... Wow! Ich bin ein Quadrupellagent anscheinend! Ja, ein Quadrupellagent! Okay! Ja, was? Warum lachst du so? Hä? Ich wusste gar nicht, dass du das bist, Mann! Aber warum wolltest du Sue töten? Weil Sue mich noch erschuldet! Alpha-Klan! Hä? Was? Was? Alpha-Klan! Alpha-Klan! Was? Alpha-Klan! Alpha-Klan! Das... Ihr stinkt alle! Hahaha! Ja, witzig! Jetzt... Er soll erstmal den Kürbis ausziehen! Alpha-Klan! Die Stimme, ey! Ja, lacht nur! Ihr werdet zu! Da kriegt man heftig Angst vorm Alpha-Klan! Das ist echt gefährlich! Morgen kriegt ja alles in die Luft! Jaaa! In die Luft fliegt jetzt alles! Wenn man von nem Teletubby angegriffen wird! Now look at this wicked striking ability! Buffet of strikes! Hahaha! Na, 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 na! Nicht der Tote! Hey! Hup! Ja, der wird als erstes... Oh! 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 Stark! Hä? Da ist er weg! Hahaha! Doppelter, Doppel-Triple-Agent! Was ist da? Was ist... Also... Ich geh mal davon aus, noch ist kein Agent mehr? Der ist ja... Der ist ja unerwaltig! Das hat natürlich grad... Wie er sich auch gewundert hat, so... Hör! Hast du was? Ich hab noch einen... Hast du noch einen Dings? Problem ist, das war mein einziger Kunde, glaube ich, in dem Shop, ja! Oh! Ich hab den Toten gleich zwei Diamanten! Ich würd dir welche abkaufen! Ich hab nur alle meine Dias an, äh... Candy heute gegeben! Candy-Bow-Checke! Ja, wegen dem Drachen! Da kannst du auf Pump kaufen, aber auf Pump kostet 3, sag ich wie so ist! Pump kostet 3? Ja, nehm ich trotzdem zwei, einfach dafür, dass du mir hier geholfen hast! Boah! Da wird zwei geholt, dann schulde ich dir jetzt sechs Dias! Sechs Dias! Okay, die besorge ich dir bis morgen! Merk ich mir eh nicht, hab ich vergessen da morgen, aber egal! Die tu ich einfach hier in die Kiste! Okay, alles klar! Ja, war geil! Dann, äh, danke! Ich hab den Lotus Clan geholfen! Ja, auf jeden Fall! Das werde ich auf jeden Fall auch Sue und den anderen berichten! Dankeschön! Cool, cool, cool! Danke! Ciao! Komm zu mir, wenn ihr euch traut! Ich hab keine Raketen! Oh, perfekt! Banks ist schon auf dem Weg! Banks ist schon auf dem Weg zu ihm! Okay! Haben wir noch über einen Stack Raketen machen können! Okay, und jetzt schnell los! Guck mal! Ah, ist doch doof, dass ich die Treppe abgebaut hab! Nur die Leute haben mich ja die ganze Zeit verekelt! Lauf die, hallo! Ah, da ist er! Bitte! Aber bist auch ihr Banks, Mensch! Ja, der hat uns... Ich verhunger lieber, als dass ihr mich tötet! Solltest du dir erstmal ne Rüstung anziehen, bevor du solche Sachen sagst! Geht ihr jetzt ertrinken! Ich ertränke lieber, als dass ihr mich tötet! Wir wollen dich doch gar nicht töten! Oder? Oder wollen wir ihn töten? Doch, ich will jetzt... Ey, Lofty, nicht! Ey, Lofty, nicht! Was ist denn das hier? Er will wirklich ertrinken! Er will wirklich ertrinken! Er will wirklich ertrinken! Er killt sich wirklich! Nein, Lofty! Oh mein Gott! Er hat sein ganzes Inventar leer gemacht! Aber den Kürbis... Hast du den Kürbis? Ja, perfekt! Perfekt! Warte mal! Hatte er gerade Dings dabei? Können wir ihn nochmal geben, weil ich hab alles gehört! Ich werd euch beiden miesen Leuten nie wieder vertrauen! Miesen Leuten?! Du bist doch der Doppelagent! Ja, Dr. Banks, so was zählen! Und Reini? Ja? Dir hab ich nichts getan! Du hast mir nichts getan?! Du hast uns angegriffen gerade! Vor 10 Minuten! Hab ich noch Klamotten? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ne schwierige Grundsituation grad! Aber Lofty kann ich... Greif die an! Kann ich bei dir Essen kaufen, Lofty! Das ist ja grad ein bisschen kritisch hier, aber... Nein! Oh! Scheiße! Du hast meine Truhe raus! Lass meine Truhe in Ruhe! Ich war ja gar nicht drin! Doch! Ich hätt mal vorher fragen sollen, so ne Scheiße! Ja... Aber ich hab Goldäpfel! Ich kann dir dann Kürbis wiedergeben, hier! Ja? Krieg ich dafür Fleisch ein bisschen? Ja, klar! Boah! Gib ihn mir erst mal! Erstmal... Ich trau' dir grad nicht! Ob ich dem Doppelagent vertrauen kann? Ich bin komplett nackig! Komm! Ich bin komplett nackig! Okay! Wie viel Fleisch? Ich lass' euch mal leiden, ne? Lofty! Beim nächsten Mal greift uns am besten einfach nicht an! Ja! Was? Ich würd' sagen, damit haben wir uns auf jeden Fall erfolgreich gerecht! Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da! Schaut unbedingt bei Banks und Lofty vorbei! Und ich würd' sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt! Dawe ist die Reiheist! Und dann sehe ich es an der Zeit.